Meine Prognose zum Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland aus Sportwettensicht, welcher Tipp ist hier am sinnvollsten bei dieser Partie, das gebe ich dir in diesem Video. Wir werden schauen, was macht hier am meisten Sinn zu wetten. Es gibt eine Sache, die auf jeden Fall für Leute mit kleinem Wettvolumen sehr interessant ist, wo es eine sehr hohe Quote gibt, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Und wir schauen uns einfach mal an, was könnte man hier machen, wie liefen die anderen Eröffnungsspiele aus den letzten Jahren, das heißt, wie waren dort die Ergebnisse. Da gibt es was Interessantes und eine Auffälligkeit aus den letzten vier Spielen dieser beiden Teams habe ich gefunden. All das gibt es nach dem Intro. Let's go! Starten wir mit den letzten Eröffnungsspielen, wie was bei der EM abgelaufen ist. Sind dort viele Tore gefallen, sind dort wenige Tore gefallen. Viele, die jetzt Anfänger sind, sagen, okay, es ist ja so, das ist schon viele Jahre her, aber es gibt einfach, genauso wie in Finals, in Halbfinalspielen, zum Beispiel außer Champions League, immer wieder Muster, die einfach oft gelten und wiederkommen. Es ist keine Garantie, aber es ist ein guter Indikator, den wir uns anschauen. Dazu gucken wir uns jetzt einfach mal die letzten vier Spiele an und wir sehen, dass dort eigentlich immer unter 3,5 Tore gefallen sind. Das heißt, mal ist es 1 zu 1 ausgegangen, mal sind es drei Tore gefallen. Das ist schon mal ein interessanter Hinweis. Was man aber auch sieht ist, dass es jetzt, wenn wir jetzt mal so die Gesamtergebnisse angucken, dass es oftmals Unentschieden gibt und jetzt keine besondere Tendenz dazu gibt, dass die Heimteams, also zum Beispiel London, England, die dieses Heimspiel halt haben, dass die eine besondere Überlegung haben und oft gewinnen. Also das ist schon mal nicht der Fall. Kommen wir zu der Sache, die besonders interessant ist und zwar für Leute mit wenig Wettvolumen. Wenn du Anfänger bist, was natürlich die meisten sein werden, gibt es eine interessante Sache. Die faire Quote ungefähr für Deutschland beträgt 1,30. Das heißt, bei 100 Euro gewinnst du 30 Euro, wenn Deutschland gewinnt. Und für Leute, die ganz wenig Geld haben, also maximal 10 Euro Wetteinsatz, gibt es eine Aktion. Das heißt, dass Deutschland nicht eine 1,25 Quote bekommt, sondern eine 2er Quote für den Sieg, was deutlich zu hoch ist. Und hier spricht man dann von einer Value-Wette. Das ist natürlich limitiert auf den Einsatz, sonst würde ich hier natürlich auch deutlich mehr wetten. Kann man aber mit 10 Euro maximal anspielen. Das heißt, wenn du eine kleine Bankroll hast, würde ich das vor dem Spiel schon mal platzieren. Das heißt, den Sieg von Deutschland mit der 2er Quote. Werde ich bei dieser Partie eine Wette abgeben? Ganz ehrlich, das werde ich nur live sehen. Ich wette meistens in Nischen liegen, in kleineren Ligen, zum Beispiel jetzt im Sommer auch sehr viel auf Tennis. Und dementsprechend sind solche große Spiele in der Regel eher uninteressant für die Leute, die das Ganze strategisch machen, sondern mehr für die komplett Neubeginner. Es gibt trotzdem für diese Partie eine 10 Euro Passive-Karte zu bekommen. Du schreibst einfach deinen Tipp mit einer kurzen Begründung in die Kommentare. Und dann werden wir beim nächsten Video einen auslosen, der diese 10 Euro Passive-Karte bekommt. Und sollte es eine weitere Prognose geben, gibt es auch dort wieder eine Passive-Karte zu bekommen. Ich habe dir gesagt, es gibt eine interessante Sache. Und zwar haben wir einmal gesehen, dass wir in den Eröffnungsspielen recht wenig Tore haben. Gucken wir uns jetzt mal Deutschland gegen Griechenland an. Dort war es so, dass es in der ersten Halbzeit ein Tor hier gab. Und zwar von Griechenland. Davor das Spiel gegen Ukraine gab es zur Halbzeit 0 Tore. Wie sieht das Ganze bei Schottland aus? Letztes Spiel gegen Finnland gab es zur Halbzeit 0 Tore. Und auch gegen Gibraltar, natürlich sind das unterschiedliche Klassen der Gegner, gab es in der ersten Hälfte 0 Tore. Ehrlicherweise gehe ich nicht unbedingt von aus, dass wir hier viele Tore sehen werden. Aber wir haben hier interessante Sachen. Wichtig, was platziere ich vor dem Spiel und was live? Ich platziere zum allergroßen Teil meine Wetten immer live. Das heißt, ich mache mir vorab eine Analyse und das bekommst du jetzt in diesem Video und gucke live, ob sich diese These, die ich aufgestellt habe, bewahrheitet oder ob es ganz anders kommt. Und dazu gibt es einfach mehrere Optionen, die dann live eintreffen, werde ich dir jetzt auch sagen. Besondere interessante Sache, asiatische Wetten. Dann geht die Gesamtanzahl der Tore und dann unter 3.0 ist eine 1,64 Quote. Bei zwei Toren gewinnt man die Wette, bei drei Toren gibt es das Geld zurück. Ehrlicherweise, das unter 3.5 mit der 1,42 ist deutlich interessanter. Das heißt, bis drei Tore in diesem Spiel, egal ob es 2,1 oder 3,0 ist, gewinnt man die Wette. Und das passt auch sehr gut mit diesen Eröffnungsspielen, die wir hier haben. Ebenfalls interessant, was wir mit der These hatten, dass in der ersten Halbzeit wenig los ist. Die unter 1.5 ist die 1,47 Quote. Das heißt, dass wir maximal ein Tor in der ersten Halbzeit haben. Hier, genau wie bei der Sache, die ich davor gesagt habe, mit den unter 3.5 Toren, ist es aber auch wichtig, dass wir hier ein ruhiges Spiel haben. Das ist besonders wichtig, dass Deutschland nicht unbedingt sofort offensiv spielt, nicht zu viele Torchancen bekommt, sondern sich relativ schwer tut. Schottland hinten defensiv gut spielt und dann kann man diese Wette platzieren. Sollte es sein, dass Deutschland enormen Druck macht, würde ich diese Sache nicht platzieren. Zudem ist die Quote mit 1,25 für Deutschland mit einer hohen Bankroll. Das heißt, wenn man hier mehrere hundert Euro draufsetzt, deutlich zu klein. Für die Leute, die eine kleine Bankroll haben, würde ich aber vorab den Sieg von Deutschland mitmachen. Was ich mir gut vorstellen könnte, ein 2 zu 1 Sieg von Deutschland, vielleicht ein 1 zu 0 Sieg, irgendwie sowas in die Richtung. Und ganz wichtig, Leute, es ist ein Wettbewerb, wo Deutschland gegen Schottland zuletzt vor knapp neun Jahren aufeinander getroffen ist. Wir haben die Bundesliga profitabel abgeschlossen. Und dort ist es so, dass die Teams mehrfach im Jahr aufeinandertreffen. Es kann sein, dass es komplett anders kommt. Ich gebe dir immer den Hinweis nochmal, dass du die Live-Wetten unbedingt beachten solltest und die Live-Einstiege holen sollst. Das ist die Prognose dazu. Wenn dir das gefallen hat, lass ein Like da. Liebe Grüße. Jetzt habe ich zum Ende noch einen ganz heißen Tipp für dich. Wenn du erfahren möchtest, wie Sportwetten-Profis wetten, habe ich ein neues kostenloses Sportwetten-Webinar erstellt. Dieses Webinar ist aber nur über den Link in der Beschreibung auf unserer Webseite verfügbar. Also schau es dir jetzt an.